Na endlich, Freunde! Endlich kann ich auch, Mann! Oh, dieser Download, Katastrophe, Mann! Wollen wir rein? Wollen wir rein, ne? Oh, ich hab Bock, ich hab Bock, ey, endlich hat's geklappt. Endlich ist das Ding fertig hier, ich raste aus, Mann! Ach komm, wir gehen rein, wir gehen rein hier. Endlich! Ich war zwei Minuten drinnen, ne? Ich war zwei Minuten drinnen, Freunde! Zwei Minuten drinnen, oh, Werner Payne! Werner Payne! Zwei Minuten drinnen! Und dann, ja, hab ich entdeckt, das reicht nicht, wenn du 10 GB runterlädst. Du musst alles runterladen. Und dann bin ich wieder rausgegangen und dachte mir, WTF, Alter! Danke dafür! Ja! Endlich fertig der Kram, du! So! Nein, wir haben keine Zeit, hier Intros zu schauen, wir müssen spielen! Ziele! Ich hab voll Bock, Mann! Ziele, was ist hier los? Weiter, keine Ahnung, Mann! Saisonfortschritt! Alter, was ist denn hier kaputt? Wir haben Packs, Alter! Freunde, ich hoffe, ne? Also, ich weiß grad nicht. Ach so, das war gar kein Pack. Hm, doch, war ein Pack. Eriksen. So, was ist das hier? Hilfe! Ich komm nicht klar, Mann! Ich komm nicht klar! Hilfe! Hilfe, Hilfe, Freunde! Ah, okay! Aber da war nichts angezeigt! Deshalb, kein Wunder! Okay! So, ähm... So, dann, ja, ich hab' mir gedacht, Freunde! Das hab' ich mir gedacht! Das hab' ich mir gedacht! Möglicherweise! Wo finde ich denn die Top-Hot-Team, Freunde? Nebentransfers, rechts, normalerweise! Hilfe! Hilfe, Hilfe, Freunde! Ah, okay! Aber da war nichts angezeigt! Deshalb, kein Wunder! Okay! So, ähm... Nein, ich will das nicht verlassen! So, spielen! Dann gehen wir hier spielen! Dann gehen wir hier spielen! Sport-Battles! Ja, was brauch ich denn jetzt da hin, Freunde? Machen wir erst mal so! So, da könnten wir einen Draxler, einen Awa, ne, einen Awa, irgendein Bakayoko, ne, Bakayoko spielt ja nicht mehr, irgendeinen defensiven! Überlegt euch mal einen defensiven aus der Ligue 1, bitte! Defensiver Ligue 1! Hier packen wir Awa hin! Und, ja... Hier, äh... Bamba! Bamba nehmen wir! Bamba! 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 Ich muss erst mal spielen jetzt! Oh mein Gott! Wir brauchen einen Spieler! Ich bin sehr gespannt! Eto! 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 Annen! augen? Hm. Alter! Alter! Was war das denn? Verrückt, Alter! Aber cool! Eigentlich sah es Richtig nice aus! Oh Gott. Ich komm noch gar nicht klar auf das Game. Aber das ist ja normal. Neues FIFA ist für mich immer so, ne? Alter, komm ich gar nicht drauf klar. Wir brauchen erst mal drei Monate, bis ich überhaupt peile, was los ist. Achso, der kann keinen Drag-Bag oder gibt es keine Drag-Bags mehr? Bin ich doof? Wie funktioniert das, Freunde? Wie kann man Drag-Bags machen? Sind die kaputt oder gibt es die halt nicht mehr? Ich würde mal Drag-Bags machen. Oder können das nur gewisse Spieler? Fühlt sich auf jeden Fall ein bisschen langsamer an. Aber ich würde nicht sagen, dass es schlechter ist. Kann ja auch gut sein. So ein bisschen strukturierter. Wisst ihr so? Gelson! Gelson Martins. Ich wollte Gelson Fernandes sagen. Mein erstes Tor in FIFA 21. Halb! Halb, Mann! Aho, Junge! Ich hab richtig Bock, Mann. Ich hab richtig Bock. Also, falls ich irgendwen überlese, nehmt's mir nicht krumm, Freunde. Nehmt's mir nicht krumm. Es ist einfach gerade anders. Klar, nee, nee, genau. Ja, schön. Halbprofi ballert mir ein Tor rein. Ja, ich würd' sagen, das hab' ich nicht gut verteidigt, ne? So ein alter Mann wie ich, der, der, ne, er ist einfach, er hat halt seine eingefahrenen Spielweisen. Das funktioniert schon mal nicht. Oh. Alter, wie schnell sind die denn? Okay, das ist ein Eto. Heftig! Oh Gott! Okay, man sollte sich schneller vom Ball fern. Und wieder einen reingekriegt. Heftig! Geht da bald D! Na, geht der Jubel noch? Oder was macht der hier für Jubel? Ah! Für mich die einzige Hoffnung, Schrott-Bittels! Hahaha! Sanchez-Renato! Sanchez-Renato! Ich komm noch gar nicht klar. Ladet lieber gleich alles runter. Zehn Stunden laufen, dann nehm ich schon ab. Ja, natürlich! Natürlich! Wenn wir da... Also, ich würd' komplett alles runterladen und dann online gehen. Genau. Richtig. Genau, Slim! Devil, mein Lieber! Einen wunderschönen guten Abend! Wie geht's? Nicht reingehen! Genau, nicht reingehen ins Game. Erst runterladen. Aber komplett, Freunde. Komplett. Ne? Dann ziehen wir kurz die Packs hier. Vereinshymne-Pack. Auf PC kannst du durchgehen spielen. Genau, genau. Derby-County-Vereinshymne. Okay. 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 Silber-Verträge-Pack. Nehmen wir mit. Ich kann mir auch vorstellen, dass das mega Spaß macht. Ich komm halt einfach noch nicht drauf klar, ne? SC-Marks, mein Lieber. Erste Spielgrade. Ich hab so viel Gegentore gekriegt. Ich hab 4-3 gewonnen auf Halb-Profi. Auf Halb-Profi. Also, ich kam überhaupt nicht klar mit Partei. Und hier ist das mega Spaß. Ich hab schon mal... Ah, 500 Münzen, Freunde. Nice! Ja, und behalten wir das. Alles untrayed. Und hier haben wir nochmal ein Premium Gold Pick. Komm, gönn uns was. Bentancur, nice. Das ist doch ein super Link. Ein super Link zu unserem Dings. Und Ducouré. 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 Sehr geil. Sehr geil Ducouré. Cool. Geil. Wie viel hast du reingesteckt? Null mein Lieber. Und auch keine Points rübergenommen. Ich hatte keine. Erstmal hier Stadion Sitzfarbe Gönnung. Violett oder Weiß? Kobra. Danke für den Verschelten Sitzfarbe. Und Stefan. Ihre... Dankeschön, Mann. Elektromspielerset. Klein. Mir geht's super. Mir geht's super. Ich hoffe dir auch. Geht alles bei Xbox. Kano, mein Lieber. Dann sag das mal, wie das geht, mein Lieber. Erklär das mal dem Lieben. Sabo. Ich will mir jetzt ganz schnell was zu trinken holen. Macht keinen Sinn dafür, schnell das Spiel zu beenden, glaube ich. Uribe. Hasebe. Und Nakamba. Cool. Anderson Lopez. In Japan spielt er. Sehr cool. Ja. Geschenken Gaul, ne, Freunde? So. Bis gleich. Daumen drücken. Wenn jeder inbaut. So, Freunde. Da bin ich wieder. Da bin ich wieder. Haben wir was ganz tolles gezogen? Haben wir was ganz tolles gezogen? Bin gespannt. Bin gespannt. Santa Maria. Santa Maria. Oh, Kusava. Nice. Snowgrass. Quaison. Eijan. Hendrik Sabia. Weissmann. Enget. Brady. Max Mann noch mit drin. Bundesliga. Serie. Ha? Okay. Ist doch völlig okay, ne? Dann machen wir das noch kurz auf hier, Freunde, ne? Verbrauchs-Item-Pack. Deadeye ist drin. Nice. Alle Verletzungen. Heilung. Nice. ZM zu ZDM. Auch geil. Ja. Sehr gut. Gute Nacht. Gute Nacht, mein lieber Cobra. Gute Nacht auch dir, Maxi. Ihr Verrückten, sagt er. Gucken wir uns noch kurz an, was hier drin ist, Freunde. Newells Old Boys. Newells Old Boys. Formisa. Oder wie auch immer man ihn aussprechen mag. Von den Newells Old Boys. Rosic. Mecha. Von Anderlecht. Kong-Hans-Handstand. Okay. Ja. Alles geschenkt. Nehmen wir alles mit. Und dann, Freunde. Zack. Erstmal ausmachen, damit wir noch ein bisschen Zeit haben, ne? Ja, Freunde. Ich mache jetzt auch einfach aus. Und raue mich in eine Heier, Mann. Ich mache hier gar nichts mehr jetzt. Heute zumindest. Wir sehen uns morgen. Ich bin völlig platt gerade. Völlig platt. Ich danke euch für den Support, ihr Lieben. Bis morgen. Schlaft gut. Und haut rein, ne? Ab die Fahrt. Tschaui.